Hallo liebe Weltallkinder, ich habe von meiner letzten LSD-Erfahrung mir so ein paar Sachen notiert. Also quasi so Fragen an mich selbst, irgendwie auch so Fragen, wo es toll wäre, wenn die sich während dem Trip beantworten würden. Mir sind aber so eingefallen. Eigentlich kann ich mir auch schon mal nüchtern überlegen und einfach so drauf losschreiben, was für mich so die Antwort auf diese Fragen ist. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Also ja, ich habe einfach drauf losgeschrieben. Ich werde das jetzt hier vorlesen. Vielleicht werde ich auch noch so ein paar Sachen ergänzen zum Verständnis. Das sind halt sowas wie meine LSD-Psychonauten-Fragen oder sowas. Das Ganze heißt Fragen an sich selbst stellen und Antwort in sich, in Klammer überall, finden. Ein Q&A mit dem Multiversum und mir. Ja, mir war dann eben bewusst geworden, dass man theoretisch ja wirklich jede Antwort auch in sich selber finden kann. Weil man ja, man ist ja Teil von dem Universum, beziehungsweise dem Multiversum. Und ja, so ist dieser Sex halt entstanden. Wie kann ich von der Angst loslassen, wieder Depressionen zu bekommen? Indem ich nicht mehr an Gefühlen hafte. Mein Freund hatte dann auch dazu noch gesagt, indem ich es einfach auch zulasse. Ich habe das Ganze dann aber auch noch ein bisschen weiter ausgeführt. Wie kann ich nicht mehr an fröhlichen Gefühlen haften und die Sorge loslassen, dass die Freude und Selbstliebe verschwindet, wenn ich sie gehen lasse? Durch dieses Alles-wird-gut-Bauchgefühl und dem Loslassen vom Halt. Wenn ich zulasse, das Nichts zu sein und mich komplett auflöse. Wie kann ich von der Angst loslassen? Durch dieses intuitive Bauchgefühl, was mich leitet und nicht die verkopfte Blockade. Das tun, was ich eigentlich will, unabhängig von der Angst. Sodass die Angst keine Macht mehr hat. Und durch eine liebevolle Selbstumarmung. Was andere Egos über mich werten, ist egal. Sie können nichts dafür, dass sie momentan noch leiden und in mir Eigenschaften sehen können, die sie an sich selbst nicht mögen. Ich brauche keine Unsicherheit. Sie beschützt mich nicht vor Gefahren. Durch Selbstliebe achtet man auch auf sich selbst. Alles Schwierige, was kommen wird, kann im Ende doch gut sein. Wie kann ich meinen Körper lieben? Indem ich ihn als wertvolles Werkzeug betrachte, die Welt zu erforschen und erkunden und als Möglichkeit sehe, Bewusstsein zu verbreiten. Außerdem lebe ich. Und das ist ein Wunder. So eine niedrige Wahrscheinlichkeit. Und dennoch bin ich und habe diese Chance. Durch die körperliche Hülle kann ich außerdem eine Weltreise machen und Sinneseindrücke und Berührungen genießen. Wie kann ich es zulassen, nichts zu werden? Indem ich von allen Sinneseindrücken und irdischen Erfahrungen loslasse und es zulasse, zu sterben oder wahnsinnig zu werden. Ich werde eins und mein Ich ist nicht mehr. Aber dennoch bin ich. Durch und in allem. Ähm, dazu möchte ich auch noch so irgendwie ergänzen. Das ist mir halt selber auch so aufgefallen, kurz bevor die Identifikation mit dem Ego aufhört. Da, ja, ist oft diese Angst vorm Sterben tatsächlich da. Zum einen, dass man Angst hat, innerlich zu sterben, durch die inneren Qualen im Kopf. Aber auch, dass der eigene Körper sterben könnte. Oder, ähm, dass eben auch dieser, diese Sorge kommt, ähm, dass man irgendwie wahnsinnig werden könnte, durch diese ganzen inneren Qualen. Und ja, lustigerweise gehen diese Ängste halt weg, wenn man sie zulässt. Wie kann ich es zulassen, verrückt zu werden? Durch Selbstliebe ist es egal, was andere denken oder bewerten. Ich verrücke mich absichtlich selbst, lache über das wahrgenommene, sinnesgetäuschte Lachen. Wie kann ich mich mit allem verbinden? Indem ich erkenne, dass körperliche Grenzen eine Illusion unserer Wahrnehmung dieser Dimension sind. Ich bin das Universum und alles darüber hinaus. Mein Körper ist die Natur, nicht nur Haut, Organe und Knochen. Es wäre für mich okay, ein Niemand zu sein und nicht mehr zu existieren. Wie kann ich Zukunftsängste loslassen? Zukunft ist eine unmögliche Anzahl von Eventualitäten. Alles kann passieren, alles ist möglich. Angst bringt mir nichts. Ich kann schwierige Dinge eventuell nicht verhindern. Aber ich kann entscheiden, wie ich damit umgehe. Durch alles kann ich wachsen. Gibt es die Zukunft oder nur das Jetzt? In unserer körperlichen Hülle gibt es immer nur den momentanen Augenblick. Wie kann ich mich nicht nur mit allem verbinden, was im Jetzt ist, sondern was auch war oder sein wird? In dem ich nicht mehr an der Zeit hafte. Es ist egal, was die Uhr sagt. Kann man die Zukunft wahrnehmen? Da hatte ich auch von so Erfahrungen gehört, dass Leute das irgendwie während einem LSD-Trip hatten. Und das fand ich dann auch ziemlich interessant. Deswegen habe ich mir dazu Gedanken gemacht. Theoretisch ja, praktische Erfahrung fehlt im jetzigen Zeitmoment. Vielleicht existiert diese Erfahrung aber auch schon. Nur wann? Zukunft ist auf jeden Fall vielschichtig. Es gibt nicht die eine, sondern viele. Und ich glaube, man sollte auch nicht an einer Zukunft haften. Denn es gibt ja nicht nur unser Universum, sondern viele Parallelitäten. Gut möglich unendlich viele. Man lässt sich in die Unendlichkeit fallen, jenseits unserer Dimension. Vergangenheit und Jetzt ist wohl auch unendlich oft. Und dann hatte ich noch eine letzte Frage. Die bezieht sich auch auf ein Erlebnis, was ich ja auch schon während einem Trip hatte. Ja, vielleicht die schönsten fünf Minuten meines Lebens. Und was ich irgendwie, ja, wirklich sehr gerne wieder erleben würde. Wie kann ich mich wieder mit Buddha oder Entitäten verbinden? Und ja, dann habe ich so ein bisschen aufgeschrieben. Wie das so beim letzten Mal innerlich abgelaufen ist. Indem ich zulasse, dass mein Bewusstsein kein Limit nach oben kennt. Und sogar Zustände erreichen kann, wo leider bisher noch nicht viele waren. Ich lasse die Angst zu, dass das Ganze überheblich oder größenwahnsinnig wirken könnte. Buddha hat es gewollt, dass Menschen dasselbe erleben wie er. Ich brauche mich nicht klein machen. Man wird zu Buddha, indem ich erkenne, dass Angst vor derselben Bewusstseinshöhe und der Verurteilung durch andere aufgrund dieser eigenen geistigen Ebene nichts mit Respekt zu tun haben. Angst ist kein Respekt. Ich höre nicht auf niedrige Selbstwertgedanken, denn wir alle sind Buddha. Ich kenne dann auch noch ein Zitat von einem Mönch. Ich weiß aber nur noch ungefähr. Der Mönch saß vor einer Mauer und meinte sinngemäßer Wortlaut, dass er alles sei. Daraufhin wurde entrüstet entgegnet, ob er sich auch für Buddha halten würde und Buddha wäre. Und der Mönch entgegnete, dass er die Mauer ist. Ich denke dazu, man ist Buddha und Mauer, das ganze Multiversum und ein winziges Staubkorn. Man ist Meister und Schüler zugleich. Ja, ich habe mir auch so überlegt. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch solche Fragen in die Richtung stellen. Also zum Beispiel jetzt über irgendwelche Substanzen, über das Ego oder auch irgendwelche philosophischen Fragen, alles Mögliche. Und ich würde da nicht nur wie bisher eben so ja als Kommentar beantworten, sondern ich könnte das Ganze halt auch in einem Videoformat machen. Und ja, das Ganze könnte ich vielleicht so Weltallkind-Fragen oder so nennen. Ja, wenn ihr Lust dazu habt, dann stellt mir Fragen. Ich würde versuchen, sie zu beantworten. Und ja, vielleicht lerne ich dabei auch selber was dazu, weil vielleicht ist da sogar die ein oder andere Frage dabei, auf die ich bisher vielleicht sogar selber noch nicht gekommen bin. Und vielleicht wird sogar mein eigener Horizont dadurch erweitert. Oder ihr bekommt durch ja meine Antwort vielleicht auch nochmal so eine andere Ansicht, wo ihr halt auch euren eigenen Horizont bereichern könnt. Vielleicht ist da irgendwie auch was dabei, was euch irgendwie in einer schwierigen Situation irgendwie helfen könnte. Der Drittbericht wird dann auch demnächst noch kommen. Ich weiß noch nicht genau, wann, aber der kommt noch. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020